einen wunderschönen guten morgen mittag oder haben meine lieben freunde hier ist wieder euer pokescout24 mit einem neuen youtube video und zwar geht es natürlich weiter mit der tfl wir haben spieltag 2 und wir müssen ran gegen das team pixelspark so den kader habe ich euch auch gleich schon mal hier ins bild geworfen bitte schön einmal auschecken genauso wie wir es auch tun und wir haben unseren ersten kampf gewonnen tiller hat seinen ersten kampf verloren das macht sein team aber nicht weniger gefährlich er hat nämlich ein monströses esstier aus der match up motto volker rona und uschifu unserem signature das jetzt vielleicht gegen uns mitkommen könnte unfassbar dieser verräter 31 er ist nur wegen geld gegangen aber ja vor dem bein habe ich angst bin ich ganz ehrlich die match up motto heißt nicht ohne grund match up motto wenn wir die setupen lassen dann kann die auch gerne mal durchs ganze team durch rennen vor allem in der kombination mit dem a tier das ist nämlich turkhole und venusaur das gute bisaflor eine heftige sonnen engine ist da am start und volker rona in der sonne noch gefährlicher das b tier ist auch relativ gefährlich sagen wir mal so magne sohn auf jeden fall es ist ein elektro pokémon unser team ist nicht sehr gut gegen elektro pokémon aufgestellt vor allem wenn die nicht unbedingt fliegen und er hier schwebt zwar kann aber auch eine analyse oder so gespielt werden und dann kann er das elektrofeld ausnutzen und ordentlich rein schippern wir haben immer noch kein ground type da hat sich seit spätag 1 nicht viel verändert hätte green auch sehr gefährlich sei dort auch ein sehr sehr cooles mon auch mit 115 ordentlich schnell das ist sowieso das ding hat viele schnelle monster bei auch charizard natürlich mit seinem 100er speed und in der sonne auch noch mal gefährlich ditto ist immer ein krampf dagegen zu preppen ich habe jetzt einfach mal gar nicht gemacht bzw nur indirekt geprept in der art und weise dass ich gar kein setup spiele aber dazu kommen wir gleich und auch noch ein d tier mit quapo und clay doll so soweit so gut und wir gucken jetzt mal was wir mitnehmen um dieses team zu bieten heute mal ein bisschen fester das team building wir kommen nämlich direkt zur sache wir haben hier unser blitzchen dabei das ist unser tapu koko es ist wie ihr schon seht mixt scheues wesen 212 in it evs und der choice scarf um auch ein scheues maximal in it investiertes bisa floor in der sonne zu ausbieten und mit 44 attack evs und dem brave bird da ordentlich damage zu machen wenn wir den vorher schon ein bisschen anschippen können wir ihn mit dem brave bird je nachdem wie er investiert ist einfach straight up killen und ja das ist sowieso schon mal sehr sehr gut wir haben den volt switch für momentum dabei natürlich dazzling gleam kann man immer gut drücken es gibt nicht allzu viel was da reinkommen kann magne so natürlich und möglicherweise weiß ich ja nicht wenn er sei doch als seinen ground type mitnimmt und ihnen die volt switches reinwerfen möchte dann kommt halt der dazzling gleam kann immer ganz nice sein ja genau und der choice scarf eben um dieses vino zu ausbieten dann haben wir dabei unser klingchen das ist heute ein choice band dugen guard wir haben zwölf in it evs um schneller zu sein möglicherweise als ein komplett uninvestiertes magne zone und das mit dem close combat direkt rauszunehmen wir haben den shadow sneak natürlich mit dem choice band macht das auf alles unfassbar guten damage und da hoffen wir dass wir auf jeden fall damit gut action machen können und vielleicht den einen oder anderen kill claim mit shadow claw und choice band nehmen wir einfach straight up hetterini raus die sonst sehr gefährlich werden könnte in diesem matchup und ja einfach guten damage i guess dazu muss man glaube ich nicht einfach viel erklären die fassade haben wir noch draufgepackt weil wir ein slot frei hatten und gegen ein sonnenteam spielen möglicherweise werde ich ja gebürnt dann würde ich auf die fassade klicken aber mein gott dann haben wir unser kingchen dabei das ist slow king mit der assault west tatsächlich wir sind komplett fiss dev und haben den counter im set um die möglichen u turns von ushifu zu punishen also wenn wola osu in uns rein u turnt kriegt halt irgendwas was dann reinkommt um die 200 kp damage wenn er choice bandit ist und ein bisschen weniger wenn er nicht choice bandit ist aber jedenfalls dieser kontakt knüppelt ordentlich rein und wir müssen halt hart raus wechseln wir spielen die assault west weil sein team sehr wir sagen was speziell angehaucht ist und ja komplett fiss dev mit assault west tankte auf beiden seiten ziemlich gut wir fangen die angriffe von ushifu noch ganz gut ab und tanken aber auch beispielsweise einen thunderbolt von einem spex magnezone wenn jetzt nicht gerade das electric terrain draußen ist wir spielen psychic gegen ushifu und und generell psychic step move sollte man zocken scald ist in diesem match up nicht ganz so geil weil er halt die sonne rausholt aber hier und da vielleicht mal ein burn abgreifen wäre auch nicht verkehrt der flamethrower ein sehr wichtiger move um eben besagtes magnezone möglicherweise zu hitten wenn es denkt also wenn magnezone denkt er möchte gerne drin bleiben dann soll er das tun der flamethrower in der sonne wird ihm ordentlich rein knüppeln wenn er auf den thunderbolt statt auf den volt switch geht und auch generell flamethrower in der sonne muss dabei sein wir haben unser öhrchen dabei es trägt die boots es kann die fogg weil wir mögen keine rocks und mit turco hat dann torco hat dann sehr sehr validen rocksetter dabei und ja sollte er die rocks legen wollen wir die direkt wieder weg haben utern für momentum da habe ich länger überlegt ob ich utern oder roost spielen möchte habe ich dann für utern entschieden weil ich immer auf utern drücke und mit draco und hurricane zwei steps halt einfach die rein knüllen sollen da gibt es eigentlich nicht großartig was zu erzählen wir spielen scheu's wesen und 196 speed evs damit die halt immer reichen um ein maximal jolly seiger zu outspielen wer den nicht skarfen sollte seigert kann man auch immer gut bandit mitnehmen den guten seidog da ist der ganz geil wir sind kein guter switch in den aber mit 52 kp investment leben wir auch noch das ein oder andere und da wir nicht in die rocks reinkommen müssen ist der auch ganz geil so da manneten natürlich absoluter mvp ich hoffe dass der einiges machen kann der kann zwar nicht allzu viel aus bieten aber das was er aus bieten kann das killt er hoffentlich auch einfach und ja wir haben die utern dabei wir haben den flare blitz und rock slide ausgegeben im anlass und willow wisp haben wir einfach noch mal dabei falls ich habe keine ahnung erst eher hart raus in ulf shifu switchen möchte weiß ich nicht aber da auch da war wieder ein vierter slot frei und ich dachte mir der willow wisp der kann jetzt auch nicht problematisch sein wird schon passen speed evs passen um ein vino glaube ich zu outspielen außerhalb der sonne auf viel anderes konnten wir nicht speed creepen wir spielen hauptsache adamant 252 um einfach nur pur rein zu überladen das ist unsere trumpf karte speziell defensives typ 0 mit rock slide und flame charge ist mein patent rezept um vinosaur und volk rona aufzuhalten volk rona kann auch gerne quiver dansen selbst auf plus zwei schottet er mich nicht es sei denn er hat die also hat die sonne draußen und ja wir können ihn halt mit rock slide einfach komplett aus dem leben böllern es wird wahrscheinlich kein one hit werden aber definitiven two hit immer egal wie investiert ist es ist immer ein two hit das ist das geil an der vierfach schwäche und ja rest haben wir dabei um uns zwischendurch noch mal wieder gut hoch zu boosten von den kp her ich hätte auch sagen können uns hoch zu heilen wäre wahrscheinlich treffen da gewesen und ja da müssen wir halt nur aufpassen dass wir das nicht im electric terrain machen was wir uns mit coco rausholen weil da kann man nämlich nicht schlafen und ich hoffe dass ich da auch in der hitze des gefechts dran denken werde flame charge halt gegen vinosaur in der sonne können wir ihn hier rein wechseln am besten wenn wir schon gerestet haben und irgendwo noch patterns runter geholt haben weil er kriegt uns da nicht nicht gechippt wenn er auf growth gehen möchte in der sonne dann ist das wiederum ein anderes thema das sieht dann übler aus aber in der sonne mit flame charge wenn wir wach sind gewinnen wir das one wie one so damit halten wir seine zwei größten threads auf hoffe ich das war was ich gerade sagen wollte und ja so sieht es mit unserem plan aus und wie und ob der aufgeht sehen wir gleich im match bis dann so meine freunde willkommen beim kampfteil dieses videos wir haben uns auch gerade schon connected und ohne lange umschweife würde ich jetzt einfach mal auf a drücken und gucken was er so mitgenommen hat ja genau das haben wir uns gedacht er hat torkow dabei eine gesamte sonne ist am start damit haben wir gerechnet charizard ist da wie eine source da wo corona ist da magneson ist da mit dem habe ich auch auf jeden fall gerechnet das einzige was ich gedacht hätte wäre dass er anstatt clay doll seidoc mitnimmt aber soll mir recht sein passt schon nehmen wir mit gut dass er seidoc nicht mitgenommen hat heißt auch dass wir hier free volt switchen können wie es uns gefällt das ist sehr sehr nice bei der ganzen bagage an feiern uns die er dabei hat und dass er hätte wir nicht dabei hat hätte ich auch selby mitnehmen können für die rocks aber sei es drum die frage ist mit was liegen wir hier er könnte direkt mit torkow reingehen eigentlich ja wir können aber auch einfach mit koko liegen da sind wir ganz ehrlich und for free auf den volt switch gehen und dann einfach mal gucken was wir rein holen ja das machen wir auch wir liegen mit koko und gucken uns das ganze mal an unserem blitzchen und schauen mal ich glaube es gerade überhaupt nicht nervös jetzt geht die nervosität tatsächlich wieder rein wollen wir doch mal schauen mit was er solidet ob er direkt die sonne rausholt ja er geht mit torkow rein holt direkt die sonne raus das ist in ordnung das ist in ordnung wir können hier für free volt switchen und ich weiß nicht geht er auf die rocks oder was tut er das schauen wir uns jetzt an da ist er die sonne seine größte waffe und seine größte gefahr hier für uns wir gehen auf den volt switch das ist relativ simpel dann gucken wir mal wie viel damage wir machen je nachdem oh er wechselt raus ok 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 er geht in clay doll ja sehe ich der dürfte den volt switch gut abfangen ach nee der ist ja ground ich dachte irgendwie wäre hier wie heißt es äh gestein gut dass ich mich sowieso so gut vorbereitet habe auf jeden Fall schon mal nice ähm clay doll wie viel clay doll wie viel machen wir hier denn genau der ist ja ground psychic ich dachte irgendwie der wäre hier gestein psychic auf jeden Fall schon mal gut da haben wir auf jeden fall mal reingenielst ähm slow king macht in der sonne ja erschreckend wenig aber er macht uns halt auch nichts weil wir die assault vest tragen wir könnten auch überlegen hier in darmanitan zu gehen ich glaube darmanitan ist es an dieser stelle ich glaube darmanitan ist es weil er wird hier für die rocks gehen denke ich mal oder oder er wird teleporten ja das ist auch vollkommen fair dann schauen wir mal wir sind jetzt hier in der sonne mit darmanitan drin das ist schon mal ganz gut jetzt ist die frage in was wird er gehen er geht in torkul ja 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 so torkul wenn torkul jetzt voll fiss def ist wie viel machen die hier mit rocks light war eine gute menge werden wir jetzt auch einfach mal tun bitte connecten ja das ist schön ja das ist ein kleiner tool er geht auf den gähner aber im elektrofeld kann ich nicht sieben mein freund das wird so nichts das wird er jetzt auch gesehen haben und jetzt werden wir u-turnen aber auch sehr schön wir sind irgendwie drei vier turns in dem match und haben schon beide gemisplayed das ist sehr nice machen wir gut machen wir gut ich glaube er wird ihn jetzt rausnehmen ich glaube nicht dass er sein trockul hier schon verlieren möchte und dann ist die u-turn natürlich unser bester play aber auch sehr witzig dass wir dachten clay doll wäre gestein psycho natürlich der ist boden psycho und jetzt u-turnen wir hier er geht in magnesium ok 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 er zieht auch dass wir live war sind und worin gehen wir jetzt verlieren wir hier großartig viel wenn wir hier in unser dubengard das erste mal gehen ich glaube tatsächlich nicht ich glaube tatsächlich nicht wir gehen hier mal in dubengard oder gehen wir in unser in unseren king ich halte mal gerade kurz wenn magnesium wenn er choice speck sein sollte macht uns der thunderbolt guten damage aber das passt schon das passt schon wir gehen jetzt in ihn genau und gucken einfach mal was er jetzt drücken wird also ist vielleicht auch gar nicht so der plane hier jetzt anschippen zu lassen aber wenn er jetzt auf den bolt switch geht oder so wir sehen auf jeden fall was er für ein item hat ich halte gerade hier mit choice specks und das ist definitiv choice specks aber das war echt verdammt viel damage also eigentlich soll er sollte mir 72 prozent machen mit choice specks max roll modest wilde nummer aber gut bies of law kriegt jetzt hier den flamethrower ab in der sonne das sollte auch guten damage machen macht das auch das ist sehr gut so das elektrofeld verschwindet das auch wieder sehr gut für uns denn jetzt gehen wir hier in unser biestchen in unser speziell defensives typ 0 slow king recovert sich wieder ein bisschen wir gehen hier in typ 0 er kann uns nicht wirklich viel machen und dann können wir nämlich mit flame charge ein bisschen action machen ja doch doch da sehe ich uns auf jeden fall speziell defensives typ 0 auf jeden fall ehre in diesem matchup ja er geht auf die matchbombe wenn er die poison jetzt direkt kriegt wäre ein bisschen nervig wäre nicht so schlimm aber ein bisschen nervig wäre es trotzdem ja sehr gut was könnte jetzt sein switch in sein ist egal weil er kriegt alles eigentlich einen guten damage hier vom flame charge sollte passen flame charge ist hier unser play und er überlegt er überlegt auch in was er jetzt gehen soll also speziell defensives typ 0 immer noch also nochmal geiler weil er ja charizard dabei hat und die rock slide auf jeden fall charizard und volcarona in ein anderes universum befördert das ist auf jeden fall ganz nice ich sollte vielleicht mal mitschreiben dass der live war ist ja nicht verkehrt er überlegt hier relativ lange aber er ruft ihn raus in ordnung und worin geht er in claydor ja das sehe ich das sehe ich der fängt hier den flame charge sehr gut ab und er hat die lefties die frage ist wird er jetzt teleporten wird er jetzt teleporten vermutlich oder liegt die box wir gehen jetzt jedenfalls auf die u-turn wenn er teleportet werden wir es sehen dann kriegen wir trotzdem immer wieder ein bisschen ein bisschen chip damage drauf ja das ist ganz guter chip damage so und für den fall dass er jetzt hier die rocks legt gehen wir in unser neubarn dann können wir direkt defoggen wir sind auch ein bisschen speziell defensiv investiert brand sand ja nett das nehmen wir mit das nehmen wir soweit mit jetzt wenn er nicht die rocks legt er könnte jetzt hier in magnezone rausgehen um den drake gut abzufangen wir u-turn hier nochmal wenn er auf den teleport geht oder einfach straight drin bleibt ja sehen wir wir chippen ihn aber immer weiter gut runter das ist ganz nett jetzt gehen wir wieder in unser slow king um damit anschließend auch wieder raus zu wechseln und uns bisschen den regenerator bonus zu holen den ice b ja den fangen wir super ab freeze wird sehr uncool aber das spiel ist fair jetzt ist die frage scallen wir oder dabbeln wir direkt auf dem magnezone switch hm ich glaube wir gehen hier für den scald doch ich glaube wir gehen für den scald er hat oshifu nicht dabei fällt mir auch gerade mal so auf das gesamte konterset ist damit irgendwie für den arsch aber gut ja er geht raus sehe ich auf jeden fall hätten wir auch ja genau magnezone wir hätten auch direkt in darmende zum dubbeln können das wäre auf jeden fall eine weise entscheidung glaube ich sogar gewesen aber gut ein crit ja das war eine menge damage das ist ein bisschen unfortunate der roll switch für ihn ist jetzt auch wiederum relativ free i guess und ja wir können hier in unser biestchen gehen und dann erstmal rest drücken möglicherweise wir können aber auch den offensiven switch machen und den coco aber mit coco treffen wir ihn halt schlecht und wenn er dann wieder in claydoll geht ist auch doof aber warte wir machen das einfach mal wir gehen jetzt in coco und wenn wir den bolt switch hoffentlich ganz gut tanken hoffentlich wäre blöd wenn er uns jetzt richtig richtig hart runter chipt das hätten wir vielleicht vorher kalken können aber mir ist gerade nicht nach kalken vor allem weil wir ihm auch das elektrofeld rausholen wenn er jetzt unser coco rausnimmt wäre schlecht das wäre schlecht ne aber das nehmen wir ganz gut war aber eigentlich ein misplay war glaube ich ein misplay ich wollte aber unser typ 0 nicht so hart anschippen lassen weil wir sonst gegen wolke rona echt schlecht dastehen und er wird jetzt wahrscheinlich hier wieder direkt in in sein claydoll gehen und dann kann er die rocks kriegen dann kann er die rocks kriegen und da er den icebeam hat kann ich auch nicht einfach for free in neuwand gehen was auch ein bisschen belastend ist aber gut gucken wir mal er überlegt auf jeden fall auch relativ lange was er jetzt tun möchte naja ja wir spielen das ganze hier noch nicht sonderlich clean und auch nicht sonderlich gut das müssen wir einfach mal so zugeben aber es passt schon sage ich so er geht in torque hole gut wir wieswitchen wenn er jetzt in claydoll geht dann ist das so da müssen wir halt wieder rausgehen dann wird es halt ein bisschen nervig ja er geht in claydoll also das hätten wir auch predikten können wie gesagt wir callen hier alles so ein bisschen aber machen nichts draus na gut dann ist dem so ich bin auch ein bisschen ermüdet sagen wir es mal so von dem letzten von dem letzten match was wir uns angeguckt haben so wir gehen hier ja hm er könnte jetzt auf den brand sand gehen er könnte auch auf den icebeam gehen er könnte auch die rocks legen ich glaube tatsächlich Kindchen ist es hier Kindchen ist es hier wenn er jetzt in magnusone doubled wäre krass ne er geht auf den brand sand er bleibt safe dann hätten wir auch in neuwand gehen können ja und jetzt kriegt er den burn ist irgendwann auch einfach nur fair muss man so sagen und jetzt gucken wir mal wenn wir jetzt auf den scald gehen so in der sonne claydoll was macht denn mehr damage weil dann könnten wir theoretisch den magnusone switch auch direkt punishen und den gegebenenfalls rausnehmen so in der sonne macht der flamethrower sogar tatsächlich mehr das heißt wir verlieren nichts wenn wir einfach mal drauf gehen er könnte auch einfach teleporten ich glaube das wird er auch möglicherweise tun ja genau aber wir geben ihm noch ein bisschen chip damage mit auf die Reise jetzt kommt allerdings wieder magnusone rein und dass der junge ein Problem ist das wissen wir das wissen wir die frage ist ob wir slowking nicht auch so langsam mal abwerfen können ich bin eigentlich nie so ein Fan davon Mons abzuwerfen aber slowking war halt hauptsächlich gegen Ushifu da und auch ein bisschen um Venusaur aufzuhalten weil mit der Assault West tanken wir dann das ganz gut und in der sonne der flamethrower hat wie wir gesehen haben enormen damage gemacht also eigentlich in dem matchup ist der gar nicht mehr so krass so er geht auch in Vino er geht auch in Vino er geht auch in Vino das ist die Frage da kommt doch jetzt der Giga Drain oder? da kommt doch jetzt der Giga Drain da kommt doch jetzt der Giga Drain da kommt doch jetzt der Giga Drain Wir gehen raus mit Sloping Wenn er jetzt die Matschbombe kommt Unangenehm, aber sollten wir immer noch ganz gut nehmen Ne, jetzt kommt Setup Jetzt kommt Setup Okay Jetzt wird es gefährlich Wie viele Sonnenrunden hat er noch? Wie viele Sonnenrunden hat er noch? 3 noch Okay, auf plus 2 Jetzt wird es gefährlich Minus plus 2 Nehmen wir mal an Du bist Modest Nehmen wir mal an Du bist Plus 2 Dann leben wir im ganzen Universum Keine Slutschbombe mehr Und Typ 0 Frisst auch keine 2 mehr Das ist ein bisschen belastend Das ist ein bisschen belastend Sagen wir es mal so Wäre aber definitiv noch eine Frist Weil er nicht auf den Gigadrain gehen wird Ist Sloking Weil ich kann hier nicht Ich kann hier nicht In In die Idee gehen Das Das kann ich nicht tun Oder? Das kann ich nicht tun Denn wenn er dann doch auf was anderes drückt Sind wir weg Ja gut Wir hätten in ihn gehen können Das wussten wir aber nicht So und jetzt wird er Wird er nochmal Slutschbomb drücken? Wird er nochmal Slutschbomb drücken? Ist hier die Frage Slutschbomb Er könnte halt auch for free auf Gigadrain gehen Dann kommt im Zweifel hier unser Neubarn rein Oder ist Slutschbomb einfach immer sein Filet? Schwierig Schwierig Ähm Ja aber ich glaube Tatsächlich Wir werfen Werfen wir Slutschbomb ab? Brauchen wir Slutschbomb noch für irgendwas besonders? Nicht wirklich Nicht wirklich Wir werfen Slutschbomb jetzt ab Und dann müssen wir uns darüber keine Gedanken mehr machen Er geht auf den Gigadrain Wir hätten tatsächlich in Neubarn gehen können Hätten wir tatsächlich machen können Gut Dem ist jetzt so Aber jetzt können wir ihn immer revengen Und zwar mit unserem Koko Wobei wenn er dann wieder in Claydol geht Ist das auch unangenehm Wir gehen jetzt hier in 80 Slash Der Shadowsneak ist jetzt relativ offensichtlich Aber ich möchte auch ungerne was anderes drücken Da bin ich ganz ehrlich Könnte jetzt in Volcorona gehen Und auf den Flame Buddy hoffen Wenn er ihn spielt Wenn er den kriegt Wäre das richtig RIP Bin ich mal gespannt Was er jetzt mit ihm so macht Der Shadowsneak ist schon sehr offensichtlich Wir machen halt häufig jetzt hier die offensichtlichen Plays gerade Weiß nicht ob uns das zum Verhängnis wird Aber auf Plus 2 ist Venusaur halt einfach Eine zu große Gefahr Vor allem weil er noch Ein oder zwei Sonnenrunden hat Ich glaube zwei sogar noch Und deswegen gehen wir hier Safe auf den Shadowsneak Wie gesagt es wäre nur Nur wirklich Komplett problematisch Ne okay Gut wir haben hier den richtigen Play gemacht Gehen auf Shadowsneak Und nehmen das Vino raus Das ist gut Das ist gut so Und die Sonne geht jetzt weg Ich frage es holt er sie sich direkt wieder raus Das ist ja jetzt hier die Frage Ja macht er Gut und er ist auch noch nicht so weit runter Gechippt Wenn er jetzt physisch defensiv ist Dass ihn dieser Shadowsneak killen würde Leider nicht Der Junge ist nämlich physisch defensiv Eine echte Gewalt Und ich glaube das können wir nicht riskieren Und ich glaube Er könnte jetzt auch die Rocks legen Tatsächlich Ich glaube Örchen ist hier immer der Richtige Play Können wir nämlich zum Notifogen Und ich glaube Magnesone ist auch nicht mehr so Gut jetzt setzt er den Gainer ein Das hat er gut gemacht Hätten wir auch tatsächlich Auf den Shadowsneak gehen können Ich werde bekloppt Ich werde bekloppt Ähm Jetzt ist die Frage Wollen wir hier unseren Neubahn Eine Runde pennen lassen Eigentlich nicht Eigentlich nicht Eigentlich können wir hier auch In was geht er denn? In was geht er denn? Wir müssen uns jetzt echt mal beeilen Wir haben nicht mehr viel Timer Ähm Wir wollen ihn aber nicht pennen lassen Wir gehen In In hier Aber wir haben auch Boxlight Und wir fangen jetzt eigentlich alles Genau Wir fangen nämlich alles gut ab Was jetzt hier von ihm nämlich kommt Und gehen jetzt auf den Rockslide Sollten ganz guten Damage machen Auch wenn er komplett Fiss-Dev ist Sollten wir das 1v1 nicht verlieren Vor allem weil wir gleich noch Resten können Ja 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 Und wir haben uns halt ja extrem viel Zeit gelassen jetzt Aber jetzt müssen wir ein bisschen schneller spielen Und wir müssen gleich auf jeden Fall auch mal resten mit dem Jungen hier Damit er noch in einer annehmbaren Range für Volcorona ist Und er geht direkt in Volcorona In unseren Rockslide Ja das ist gemütlich Jetzt bitte Connector Bitte Connector Sehr schön Sehr schön Genau das wollen wir hier von dir sehen Genau das wollen wir sehen So Und jetzt gehen wir hier auf die Nitro-Ladung Oder? Ne, genau, ich kann 90 Gönne einfach Spiel Gönne einfach Spiel Flame Charge wäre glaube ich der bessere Play gewesen Ja, okay, er geht auf den Flame Flore Den tanken wir gut Den tanken wir sogar sehr, sehr gut Bitte Connecten wir Sehr schön, Volcorona weg Vor dem Jungen hatte ich nämlich Angst Vor dem Jungen hatte ich Angst Ja, jetzt geht's an Charizard Sehe ich Sehe ich Kannst du uns so großen Damage machen Wir sind drauf 58 HP Das sind 29% Das ist Tendenziell belastend Du könntest Ja, du kannst uns auf jeden Fall rausnehmen Hier Ähm Du hast aber eigentlich auch deinen Soll erfüllt Und deswegen gehen wir auf Erholung Und falls er irgendwie missplayt Ne, er geht auf den Weatherball Der sollte uns rausnehmen Der sollte uns rausnehmen Ja, schade Wäre geil gewesen Wäre geil gewesen, wenn wir den noch gelebt hätten Aber ich habe ehrlich gesagt Wirklich nicht damit gerechnet So, und jetzt steht hier dieses Charizard Und da können wir mit dir hier rein Ah fuck, er könnte Choice Scarf sein Er könnte Choice Scarf sein Aber er weiß halt nicht, dass wir Choice Scarf sind Er weiß nur, dass wir in irgendeiner Art und Weise gechoist sind Und deswegen Gehen wir jetzt hier auf den Donnerblitz Mit der Gefahr Immer wieder im Hinterkopf Dass Claydol reinkommen kann Ja, ich glaube Das müssen wir tun Ich glaube Das müssen wir tun Er kann jetzt mit Claydol rein Ja, kann er machen Wäre auch wieder offensichtlich Und wäre das nächste Mal Dass wir es gecallt hätten Aber nichts dagegen tun Aber er könnte halt Choice Scarf sein Und er weiß ja nicht, dass wir Choice Scarf sind Und dann könnten wir für eine Überraschung sorgen Und ihn einfach rausnehmen Fände ich geil Passiert auch so Er ist Choice Scarf Und wir kriegen hier den nächsten Kill Charizard stirbt Sehr schön Sehr schön, sehr schön, sehr schön So, es gibt aber immer noch ein paar Monsters Die hier ein Problem darstellen Das Gute ist Die Outspeeden wir alle mit Damaniton Die Outspeeden wir Also durch die Bank mit Damaniton Und die sind auch durch die Bank angechippt Wir gehen jetzt in Neubahn Ich glaube, wir sollten das hier gewinnen Das glaube ich ganz ehrlich Weil Damaniton ist nämlich schneller Als der Rest seines Teams Und mit einem Flairblitz Sind wir unfassbar gut aufgestellt So, wäre schön, wenn er jetzt auf den Brandsand ginge Wenn er jetzt auf den Ice Beam geht Hat er es sehr gut predicted Ja, hat er aber nicht gemacht Freut mich an dieser Stelle Und ich glaube Wir gehen hier auf den Draco Oder auf eine U-Turn Könnte halt teleporten Das wäre mies Er hat auch keinen Timer mehr Er muss jetzt auch schnell drücken Er hat sogar noch weniger Timer als wir Ah, wir gehen auf die U-Turn Wir gehen auf die U-Turn Ja, war richtig Sehr gut Ich hoffe, der Timer setzt ihn auch ein bisschen unter Druck Er geht in Torko Wir U-Turnen hier raus Nehmen das bisschen Chip noch mit Und sollten jetzt glaube ich mit Damaniton finishen Und zur Not haben wir auch alles glaube ich so angechippt Ob das Aegislash das auch noch gewinnen kann So, die Frage ist so Ach, die Sonne ist weg Ja, schade Wäre jetzt tatsächlich besser für uns Aber wir gehen jetzt hier auf den Rockslide Weil der garantiert killt Wenn wir den hitten Das wäre sehr gemütlich Wenn wir den Rockslide hier auch wieder hitten könnten Aller guten Dinge sind drei Zwei mit Typ 0 Ein mit Damaniton Komm schon Bitte Connecte Und wir missen Das ist ungemütlich Aber er setzt wieder Gena ein Er hat schon wieder das Elektrofeld vergessen Deswegen kriegen wir hier einen freien Turn Der sehr gut ist Aber wir missplänen uns hier beide was zurecht Da brauchen wir gar nicht lügen Da war unsere Leistung an Spieltag 1 deutlich besser Aber ich glaube, wir sollten das hier gewonnen haben Er kann jetzt nochmal rauswechseln Aber ich glaube, theoretisch wären wir sogar auf der Range Dass wir ihn hier mit Flareblitz killen könnten Aber warum denn was riskieren Und warum den Chip mitnehmen Ja, Torco stirbt, genau Warum den Chip mitnehmen Wenn wir ihn auch einfach so killen können Und jetzt sollten wir eigentlich mit Flareblitz Das Ding nach Hause fahren Weil dieses Magnuson muss Choice Back sein Sonst hätte der mir niemals so viel Damage gemacht Ich habe übrigens ohne das Elektrofeld gekalkt Deswegen war der Damage vorhin auch so enorm Da hätten wir dran denken können Das mit in den Kalk reinzunehmen Aber nachher ist man immer schlauer Und der Flareblitz sollte jetzt eigentlich hier aufräumen Er lässt sich nochmal extrem viel Zeit Aber er hat doch nur noch 30 Sekunden Geht nochmal raus Okay, nochmal einen Magnuson Ja gut, aber der stirbt halt auch Exakt Der stirbt halt auch Wir kriegen ein bisschen Recoil Und jetzt sollte Claydol reinkommen Der stirbt auch an einem Flareblitz Und dann haben wir es drauf Ah, die Zeit ist abgelaufen Okay Gut, er wäre jetzt auch an einem Flareblitz gestorben Das ist dann ein Kill Den wir Den Damaniton nicht kriegt Das gefällt Damaniton nicht auf der Killrangliste Weil dieser Kill halt einfach unbeschrieben bleibt Steht so in den Regeln drin Deswegen Damaniton gefällt das nicht Uns gefällt das allerdings Wir haben auch den Spieltag 2 für uns entscheiden können Und ja Unsere Leistung war nicht allzu bombe Da sind wir ganz ehrlich Mein Commentary war heute auch nicht so on point Insgesamt eine durchwachsenere Leistung Aber das zeichnet doch auch den ein oder anderen Spieler aus Dass man trotz relativ schlechter Leistung Seine Matches doch noch gewinnt Till hat hier auch auf jeden Fall keine schlechte Leistung abgeliefert Es war ein spannender Kampf Aber ich würde mal sagen Den haben wir aufgrund unserer guten Vorbereitung gewonnen Nicht aufgrund dessen Was wir dann im Match abgeliefert haben Soll mir aber auch herzlich egal sein GG an Till Sind jetzt leider für ihn zwei Niederlagen zum Start Ich hoffe er kommt da unten nochmal raus Weil Seine spielerischen Qualitäten sind eigentlich besser Als 0 Punkte aus zwei Spielen Aber Für mich freut es mich natürlich Ich kann mich weiter oben festbeißen Und Ja Wir sehen uns nächste Woche Wenn es dann an Spieltag 3 Gegen den guten Niklas geht Was dann ein kleines Spitzenspiel wird Weil auch Niklas hat seine ersten beiden Spiele gewonnen Das heißt es treffen zwei Leute mit 6 Punkten An der Tabellenspitze aufeinander Da können wir hoffentlich eine bessere Leistung zeigen als heute Wir sehen uns auf jeden Fall Macht's gut Hatte Ciao Ciao